Guten Tag. Meine Damen und Herren, das war ein langer Weg zu diesem Mikrofon. Vielen Dank, dass Sie da sind, hier beim Filmfest München. Bei einem Filmmakers Live, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil der Weg mit den Filmemachern und dem Filmfest München schon ein langer ist. Bei vielen verschiedenen Filmen, beim Regisseur, es ist der zweite und wir haben die große Freude, ihn wieder zu zeigen. Und die Ambition, die darin steckt, die haben wir versucht in diesem Titel zu fassen, German Science Fiction. Wir werden über den Weltenbau von Tides reden und ich freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch. Dazu darf ich Produzent Thomas Wöpke und Regisseur Tim Fehlbaum begrüßen. Bitte. So. Meine Empfehlung ist immer, bevor es losgeht, macht euch doch schon eine Flasche auf, weil dann kann man zwischendurch noch einen Schluck Wasser trinken, weil sonst kriegt man diese Kronkorken nicht runter. Genau. Agua für dich, Tim. Ja, also sehr, sehr schön, dass ihr da seid. Heute ist es soweit. Es gibt ja eine Sondersituation, was Tides anbelangt, die ich sehr spannend finde. Wir haben ja ein ungewöhnliches Jahr als Festival hier in München mit unserer Struktur. Genauso traf es natürlich eben andere. Dein Film hat sehr spannende Reaktionen in der Branche ausgelöst, schon auf dem IFM, der Berlinale. Und heute ist eben Open-Air-Premiere und es gibt ja diese Dualität, dass morgen nochmal im Ari Aztor die visuelle, die technische Qualität voll zum Tragen kommt. Und ich freue mich persönlich auf beides, dass sozusagen beide Welten zusammenkommen, dass wir eben einmal 500 Leute und einmal technische Perfektion haben. Also danke nochmal für das Vertrauen und dass ihr hier seid. Ja, ihr mögt es ja nicht so einfach. Das ist so unglaublich das Allerschwerste in Deutschland oder aus Deutschland heraus Science-Fiction herzustellen. Die Wahrheit ist erstmal, es ist ein deutsch-schweizer Film. Also und ich weiß noch, wir kennen uns schon lang und durch Hell und Interviews zu diesem Zeitpunkt. Du hast ein Treatment gehabt, wenn ich das recht erinnere, muss das tatsächlich fast ein Jahrzehnt her sein. Und das hieß auch noch ganz anders. Ich muss jetzt nicht den Titel nennen, aber also mit der Idee bist du schon wahnsinnig lange zugange. Und ihr beide. Ja, hallo. Erstmal vielen Dank alle, die hier gekommen sind. Und auch den Dank möchte ich auch an dich, Christoph, dass wir den Film heute hier wieder zeigen dürfen beim Pfiffes München. Zu der technischen Perfektion möchte ich noch ganz kurz sagen, weil du es angesprochen hast mit dem Kino morgen und heute Abend auch mehr. Also ich habe am Montag schon einen ganz, hatte ich den ganz tollen Film sehen von Mareille Klein, der auch Thomas produziert hat, da im Open-Lehr. Das war also wirklich eine ganz tolle Erfahrung, mal wieder einen Film mit Publikum zu sehen, gerade bei so einer Komödie. Und heute Abend wird es ja regnerisch und bewölkt und so. Nur bewölkt, nicht regnert. Ja, das passt ja sehr gut zum Film. Es ist quasi die 4D-Erfahrung, so habe ich mir überlegt von dem Film. Das heißt, darauf freue ich mich sehr. Ja, zu deiner Frage. Ich glaube, ein Jahrzehnt ist es noch nicht her mit dem ersten Treatment. Aber es hat auf jeden Fall lange gedauert, den Film zu entwickeln. Shipbreaker war damals noch der Arbeitstitel. Da hat sich dann in der Zwischenzeit auch viel geändert an der Geschichte und so. Aber jetzt habe ich, deine eigentliche Frage war... Naja, sie ging so ein bisschen an euch beide. Also ich meine, die Frage ist immer die gleiche und sie ist einfach und sie zeigt schon alles. Und besonders bei eurem Weg. Es ist halt so ein wahnsinnig langer Weg. Du hast eine Idee. Deine Ideen sind, wie man schon an Hell gesehen hat, nicht Ideen, die per se sozusagen den Zuschauer durch positive Emotionen überwältigen, sondern herausfordern und über unsere Zukunft und die Konditioner sprechen und so weiter. Und ihr habt euch da eben auf einen Weg gemeinsam gemacht, wo ja klar war, das wird beschwerlich. Auch nach Hell mit all seinen Erfolgen oder gerade weil Hell so konsequent ist und Tides ja auch wieder so konsequent ist. Ich wollte einfach so ein bisschen mehr von dieser Anfangszeit da spüren. Also der Thomas kann ja vielleicht gleich noch was zu der Finanzierung von so einem Film sagen, die natürlich nicht einfach ist und die auch nicht, wenn unser sehr starker Partner, Konstantin Film, nicht gleich so früh an Bord gewesen wäre, nochmal schwieriger geworden wäre. Da kann der Thomas gleich was dazu erzählen. Ich kann nur sagen, warum das jetzt so lange ging zum nächsten Film. Das ist jetzt nicht nur, da hatte ich auch so eine Phase, wo ich ein bisschen, also ich bin jetzt nicht stolz darauf, dass es zehn Jahre gedauert hat, bis mein nächster Film da war. Aber ich war auch so ein bisschen überwältigt von den Reaktionen auf Hell, muss ich sagen. Und habe dann auch so eine Zeit lang dieses Spielchen in Amerika gemacht, sage ich mal, in Los Angeles. Ich habe dann bei einer großen Agentur unterzeichnet und bin dann dort von Meeting zu Meeting gehüpft quasi und habe so Drehbücher viele gelesen. Und das war dann aber insgesamt für mich jetzt retrospektiv nicht keine besonders, ja, es war halt auch keine ergiebige Erfahrung vor allem, weil es dann so ein bisschen auch so war. Da muss man das sein, was die Amerikaner nennen, das good in the room sein. Also man muss halt sehr gut so den Stoff, seine Vision von dem Drehbuch oder so pitchen können. Da war ich, glaube ich, nicht so optimal. Und das andere Phänomen war, dass die Drehbücher, die ich gut fand, die fanden dann nicht nur ich gut. Da waren dann auch andere Regisseurinnen oder Regisseure daran interessiert und so. Und die habe ich dann irgendwie nicht bekommen. Und die, die ich so, und dann die anderen, die anderen, und viele waren dann dabei, auch die mir nicht gefallen haben. Das habe ich dann irgendwann gemerkt, so ich will, dafür bin ich nicht gemacht. Und ich würde eigentlich, wir haben doch eigentlich das Glück gehabt, dass wir Förderung und Unterstützung bekommen haben für einen Science-Fiction-Film hier in Deutschland mit Hell. Thomas ist natürlich eine wunderbare Zusammenarbeit, so ein kreativer Produzent und so. Und dass ich mir gedacht habe, wir will eigentlich wieder mit, ich nenne es mal, mit der Familie wieder einen Film machen hier. Wir haben einen Großteil des Teams, Kamera, Kostüm und so weiter, die von Hell auch wieder mitgearbeitet haben. Und dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt wieder so. Und dann haben wir angefangen mit Thomas und Philipp Trauer und Konstanze Gutmann von Konstantin Film und Ruth Waldburger aus der Schweiz über die Geschichte zu reden. Und mit meiner Co-Autorin Mariko Minaguchi natürlich vor allem. Aber zur Finanzierung, wie das dann, da kann jetzt Thomas bestimmt was Interessantes erzählen. Aber war die Finanzierung die Frage? Also, also... Na, die Finanzierung war erstmal schwer. Ja, die war sehr schwer, weil wir viel Geld brauchten. Und eigentlich war die Finanzierung deswegen so schwer. Also, wir haben eigentlich... Also, Hell war noch bei allen so sehr im Kopf. Und eigentlich haben wir jede Förderung bekommen, die wir haben wollten. Das muss man wirklich sagen. Aber was uns gefehlt hatte, das war irgendwie... Also, alle waren interessiert. Alle großen Verleiher und Firmen interessiert. Aber die haben halt... Alle wollten wissen, wer spielt mit. Und das war eigentlich das große Problem, dass wir eigentlich zwei Jahre auf der Suche waren nach dem Star, der dem ganzen sozusagen, dem Film, ihn so wertvoll macht, dass man ihn dann finanziert bekommt. Also, am Ende. Und das war das große Problem. Und in Amerika ist es halt so, dass es... Man kann so eine bestimmte Liga... Kann man immer nur einzeln ansprechen. Und da muss man immer warten. Und dann hatten wir John Papsidera, das ist so ein Casting-Agent, der Christopher Nolan besetzt, aber auch Roland Emmerich und so. Und das war super mit dem, aber das System ist da so anders. Und wir hatten also wirklich auch echt interessante Namen. Also, Damen angesprochen. Aber das hat dann einfach so hingezogen. Und dann kam dann doch immer ein anderes Projekt dazwischen. Und dann gab es eine Absage. Und dann musste man wieder woanders gucken. Und so. Und am Ende muss man sagen, ohne die Konstantin hätten wir sowieso... Und also ohne Martin Moskowitsch Zusage innerhalb von drei Tagen, nachdem er das Buch gelesen hatte und wie Tim das großartig gepitcht hatte dort im Kino, hätten wir den Film gar nicht machen können. Also, weil wir hatten schon ziemlich sechs Millionen Euro eingesammelt und mussten immer diese Zusagen verlängern. Und nach einer gewissen Zeit verfällt das ja auch wieder. Weil die wollen ja, dass man das Geld ja... Also, dass man den Film ja auch macht und so. Und ich glaube, wenn Martin da nicht sofort zugesagt hätte, dann wäre es ein Problem gewesen. Ganz großes. Willst du auch noch sagen, was dann on top kam? Also, es ist letztlich egal, weil der Film sieht nach einer ganz anderen Größenordnung aus. Ja, ja. Es waren elf Millionen, hat der Film circa, also so um die elf Millionen gekostet. Und das ist halt natürlich schon sehr viel Geld. Und wir mussten auch viel reisen. Man musste auch diese ganzen Ländereffekte bedienen. Wir haben in der Schweiz gedreht. Und ja, aber das muss man da mitnehmen. Also, wir haben ja auch im Watt gedreht am Anfang. Da hatten wir vor, mehr zu drehen eigentlich. Aber da kann der Tim was dazu sagen. Das ist ja sowieso die Grundidee gewesen, der ganzen Geschichte. Aber da war dann Markus Förderer, unser Kameramann, der auch schon bei Hell dabei war und der jetzt auch in Amerika lebt und große Sachen macht, war da eine große Hilfe. Der hat immer gesagt, nee, nee, da gehen wir ins Studio. Da kann der Tim was dazu sagen. Zwei Ansatzpunkte. Jetzt, ich würde gerne über eure Hauptdarstellerin zum Ansatzpunkt kommen. Nora Ahnetzeder, richtig, habe ich hoffentlich richtig ausgesprochen. Habt ihr dann gefunden, wie kam es zu ihr? Wie fügt sie sich ein? Was ist ihre Rolle? Jetzt ist es, glaube ich, Zeit, nochmal die Grundidee des Films natürlich auch zu porträtieren, Tim. Aber wie kamt ihr zu ihr, zu Nora? Es ist unglaublich spannend, unglaublich, also es ist ja eine unglaubliche physische Rolle, herausfordernd, eine Urgewalten, die an einem zerren und in ihr. Und sie ist ja Pionierin im Grunde auf dem Weg zurück zur Menschlichkeit, könnte man sagen. Also ja, mit der Besetzung von Nora Ahnetzeder war es, also klar, es gab vorher diese Diskussion, um Kriegmo versucht man einen richtigen Namen an Bord zu bekommen. Aber mit Nora Ahnetzeder war es dann so einfach, wie es ist, sie war einfach die Beste im Casting. Sie hat einfach ein Self-Tape geschickt und so, das uns alle umgehauen hat. Und da gibt es halt diesen Effekt, dass wenn du als Autor oder als Autorin Dialoge schreibst und so und dann steht das da immer so. Und dann plötzlich sagt es jemand und du glaubst es plötzlich zum ersten Mal selber. Und das ist plötzlich alles, sie ist dann plötzlich wirklich diese Figur, die man da so kreiert hat. Und das war bei Nora irgendwie ganz, das war einfach, die war einfach super im Casting. Und die hat auch gleich diese, ich finde es gut, dass du das ansprichst, diese, also dieses physische mitgebracht. Das ist diese Energie für das, was so wichtig war für die Figur. Und das war dann auch, das war mir dann auch sehr wichtig, dass sie dann das physische Training auf sich nimmt. Also sie hat dann quasi fast schon so ein Astronautentraining gemacht. Also was Astronauten, was jetzt viel taucht, der Film spielt ja sehr, der heißt Heiß, es spielt sehr, sehr viel im Wasser. Sie musste sehr viel tauchen und schwimmen und da hat sie Training gemacht. Dann hat sie das ganze körperliche Training gemacht. Also viel Fitness und dann aber auch so Waffen, wie man Waffen hält und so weiter. Und mir war dann auch, das habe ich dann sehr früh mit ihr gesagt, dass es eben, weil in der Konzept, in der Umsetzung des Films, es uns sehr früh oder sehr klar war, dass wir natürlich mit vergleichbaren Produktionen vielleicht aus Amerika nicht mithalten können. So was, was so Schauwert vielleicht angeht und auch so CGI wert, sage ich mal. Aber wir wussten schon, was wir vielleicht dafür liefern können. Was ich hoffe, was sich transportiert, auch auf der Leinwand und auf den Zuschauerinnen und Zuschauern, ist diese physische Erfahrung, dass es sich halt so anfühlt, als wäre man wirklich mit ihr dort auf diesem gefluteten Planeten und mit ihr unter Wasser und so weiter. Und das war uns dann auch klar, damit sozusagen, oder ich denke mir, wenn man sozusagen als Filmteam und eben auch als Schauspielerin und als Schauspieler diesen physischen Effort macht und da wirklich ins Wasser geht und die Kamera ist im Wasser und das Team ist ständig nass und unsere Sets waren absurd und man ist reingekommen, hat nichts gesehen, es war komplett ständig alles nass. Und das war sehr klar und dann habe ich sehr früh zu Nora gesagt, du Nora, es wird so sein, du bist jeden, weil das andere ist, dass der Film sehr streng aus ihrer Perspektive erzählt ist. Ich habe sozusagen, die Idee war, in dem Kamerakonzept, dass wir quasi wie so ein Dokumentarfilmteam sind, was unsere Heldin und unsere Astronautin begleitet auf dieser Reise. Und da habe ich ja gesagt, du Nora, wir werden jeden Tag flotschnass sein. Und gerade du wirst ständig einfach im Wasser sein müssen und so. Und das war sie dann auch. Und das muss ich echt sagen, sie hat sich kein einziges Mal beschwerten. Und das war auch das, wo ich sehr früh mit ihr darüber geredet habe, wo sie sich einfach das Versprechen auch gehalten hatten. Und das war, ja, logistisch, das war auch echt eine Meisterleistung von der Produktion und von Lineproducern und Regieassistenz, wie das dann alles so gewährleistet war, dass sie trotzdem immer sofort wieder in so Tälte kommen konnten, wo es trocken war und so weiter. Jetzt habe ich mich ein bisschen verredet. Nee, gar nicht. Aber ich erinnere mich an das, was Thomas gesagt hat, wo er gesagt hat, ah, ihr wollt noch viel mehr im Watt drehen. Hat das damit zu tun, dass ihr irgendwann auch mal, oder Markus gesagt hat, hey, die Technik gibt es nicht, ja, jeden Tag quasi unter Wasser zu sein. Es hat tatsächlich was mit der Flutdrehzeiten. Ja, der Film heißt Tides und die erste Idee, da können wir vielleicht später auch noch drüber reden, ist tatsächlich im Wattenmeer entstanden auf eine Art. Und wir haben viel getestet am Anfang auch im Wattenmeer. Uns war aber relativ schnell klar, dass sozusagen es logistisch sehr schwierig ist, diese Location zu bedienen, weil, wie der Thomas gerade gesagt hat, die Flut kommt de facto halt einfach zweimal am Tag. Und wir wollten natürlich diese Weite, dieses, von diesem, von diesem Wattenmeer. Und ich war dann ein bisschen so naiv, ne, so, ja, ich will aber unbedingt trotzdem da drehen und so. Und dann war aber sehr schnell klar, das Retrospektive ist es natürlich völlig, das wäre niemals gegangen, das wäre auf die Kosten und so, wäre dann explodiert, wenn wir alles gedreht hätten. Und es war klar, dass wir da nur ein Teil drehen können. Und dann hatten wir gesagt, dass wir versuchen, die ersten drei Drehtage sozusagen so zu legen, dass wir wirklich da im Wattenmeer drehen mit einem relativ abgespeckten Team, damit sozusagen unsere Idee war, damit wir als Team und auch vor allem unsere Haupttauscherin zumindest dieses Gefühl bekommt, für wie es da ist, in dieser Landschaft zu sein. Und das war wirklich ein magischer Dreh. Also wir sind da mit Kutschen oder dann mit Traktoren und so rausgefahren, da fährt man eben mit dem Auto hin um drei Uhr morgens und dann kommt langsam so das erste Licht und da ist dann die allererste Klappe gefallen für den Film, wo sie da aufwachte in diesem Wattenmeer. Und das war schon wirklich eine einzigartige Erfahrung. Und ich glaube, das hat dann so als Team, konnte man das dann mitnehmen, den Studiodreh, weil dann, das ist wirklich der Markus, das ist das Tolle, weil der Markus macht, wie der Thomas gesagt hat, große Filme in Amerika, hat in die Penn State 2 gemacht und hat jetzt einen Film mit, dreht einen Riesenfilm gerade mit The Rock und so. Und er denkt aber, das Tolle an ihn ist, er denkt wahnsinnig einfach oder er hat immer super Ideen, wie man Dinge einfach machen kann, wie man mit einfachen, ich sage mal, Oldschool-Kamera-Tricks Illusionen erzeugen kann, die dann sehr effektiv sind. Er wollte selber ja auch mal Zauberer werden. Ja, das Lustige ist, er wollte selber mal Zauberer werden, bevor er Kameramann werden wollte. Das merkt man total. Er hat total diese Fäble für so Tricks, Kameratricks. Kann man auch gleich noch was zum Modelshoot sagen, weil wir kaum, also sehr wenig, wir haben schon viel CGI, aber wir haben zum Beispiel den ganzen Absturz am Anfang der Kapsel mit Modellen gedreht. Also wirklich ganz Oldschool, was man heute noch sehr, sehr, weil ich und der Markus auch CGI-Bilder nicht so mögen und Greenscreen auch nicht so mögen. Und ich finde gerade, wenn man das Geld vielleicht nicht hat wie vergleichbare amerikanische Produktion, ist es umso wichtiger, dass man versucht, Lösungen zu finden, die irgendwie kreativ und originell sind. Wir haben mit dem Absturz, der Landung der Kapsel haben wir gedreht mit kleinen Modellen, das vielleicht so groß war, mit Flammenwerfern und Mini-Fallschirmen und so. Und er kam dann auf die Idee, wir machen einfach ein großes Set, das haben wir dann auch gebaut in der Bavaria, im Bavaria Filmstudios, wo wir den Wattboden simulieren, also wo das quasi echt gebaut wird, weil der Boden ist immer wichtig, dass das stimmt. Und dann im Hintergrund machen wir einfach, also wie so eine Theaterbühne, drei Wände ausgedruckte Fotos, die er gemacht hat und dann riesig gedruckt wurden und von hinten beleuchtet wurden. Also einfach sehr oldschool, sage ich mal Rückpro-Technik. Unser grosser Vorteil war dann natürlich, dass die Elemente eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen. Und gerade für das, was du vorhin gesagt hast, mit diesem physischen, finde ich, ich bin sehr akribisch, fast so obsessed mit Particles, also mit so Partikeln, die sich bewegen vor Kammern. Und der Nebel und die Gischt und so, und das sollte alles dazu beitragen, dass es sich eben nach so einer physischen Erfahrung anfühlt, den Film zu sehen, dass man mit dieser Hauptdarstellung die Reise macht. Und das war natürlich dann aber auch der Vorteil für uns, für diese Technik mit dem Oldschool-Fotobacking und Rückpro, dass wir den Nebel ständig in der Luft hatten und Wasserpartikel. Und wenn sich quasi zwischen Kamera und Schauspielerin und dem falschen Hintergrund ständig in echt etwas bewegt, dann ist die Illusion da. Dann hast du das, das hat uns natürlich zugespielt, dass man dann nicht zu scharf den Hintergrund gesehen hat und so weiter. Verstehe ich dich richtig, dass es durch das Licht der Rückprojektion eine gewisse Dunstigkeit am Set sogar gab? Nein, ihr habt das natürlich proaktiv hergestellt, aber das spielte sozusagen als kleines Element noch positiv rein in dem Fall. Ja genau, also der Makers hat dann wirklich so eine Technik, dass er dann wirklich die Rückpro ist und die Hauptlichtquelle. Er ist jemand, der mit sehr, sehr wenig Licht arbeitet. Das ist auch etwas, was ich und auch natürlich Produktion sehr an ihm schätzt, dass er jetzt nicht so der Kameramann ist, der mit so riesigem Lichtaufwand ist, sondern ist immer, immer die Devise möglichst einfach und im Sinne des Filmes und im Sinne, dass der Workflow stimmt und dass die Schauspielerinnen und Schauspieler, dass die nicht beeinträchtigt werden, immer so im Sinne des Films denken, immer sehr einfach. Das heißt, die Rückpro selbst hat das Licht geliefert und dann aber der Nebel ist dann natürlich, dass es dann richtig, richtig zugenebelt ist. Es war wirklich absurd, man kam morgens an Seten, man hat selber die Hand nicht mehr gesehen vorne und wir mussten immer so gucken, wer ist das jetzt und so und das transportiert sich hoffentlich auf den Film, dieses Gefühl, was wir da so hatten beim Bremen. Angesichts der Tatsache, dass wir so konkret darüber reden und ihr diese Lösung gefunden habt, muss ich so einen kleinen Seitenschlenker machen zu dem, was, glaube ich, den kommerziellen Film gerade am meisten bewegt, das ist vielleicht diese Studiotechnologie, die John Favreau für The Mandalorian entwickelt hat. Glaubst du, dass das internationale Filmschaffen dynamisieren wird? Ist das eine Technologie, die dich, Markus, Thomas, so interessiert? Weil aus meiner Sicht ist eine unglaubliche Schnelligkeit in dieser Produktionsweise, man kann mit Plates drehen, man hat tatsächlich das Gefühl unendlicher Weite, die man herstellen kann im Studio. Ist das etwas, was du vielleicht vor fünf Jahren schon gern gehabt hättest? Also ich, das verfolgt das natürlich auch, ich finde das höchst spannend. Ich weiß nicht, ob ich qualifiziert bin, dazu eine Aussage zu treffen, weil ich es einfach noch nie damit gearbeitet habe. Ich weiß, dass ein Kollege von mir, dessen Arbeit ich sehr bewundere, der auch in der Filmhochschule war mit mir, der Baran Booda, dass er seine neue Serie dreht mit dieser Technologie. Technologie. Wir haben auch schon wieder ein neues Projekt, wo wir auch schon mit Markus und Philipp Trauer und Thomas angefangen haben, mal über diese Technologie zu reden. Wie gesagt, ich kann nicht wirklich was dazu sagen. Der Markus hat gesagt, dass er für uns vielleicht nicht so das Richtige ist, weil er eben, das sieht man wieder, weil er so einfach denkt, weil er auch die Befaltung hätte, dass es so die Dinge kompliziert macht und so. Und man dann zu viel über Techniken und Parallaxen und da muss sich der Hintergrund entsprechend der Kamerabewegung drehen und du kannst es auch nicht immer machen, dass dann wieder zu sehr die Technik im Vordergrund steht. Und das fand ich eben das Tolle im Nachhinein. Ich hätte es echt, muss ich auch zugeben, nicht gedacht, dass der Markus da gesagt hat, nee, wir machen einfach jetzt bei uns einfach Fotohintergrund und einfach nicht groß. Aber es ist, muss man sich auch sagen, die Wattlandschaft, das wird schon sehr fachgesimpelmäßig. Entschuldigung, wenn das jetzt hier so... Was gehört zur Science Fiction? Zum Worldbuilding dazu? Sorry, aber... Okay, nee, wenn das jetzt hier so ein bisschen so ein Nerdtalk wird, aber es ist natürlich das, was der Wattenmeerslandschaft, natürlich, weil es ja einfach ein Himmelhintergrund ist und eine wassweite Fläche, da gibt es dann wenig Parallaxe, nennt man das. Also, wo sich die Perspektiven richtig zur Kamera verschieben müssen, zur Kamerabewegung. Und das ist das Tolle an dieser Technologie, dass sich dann scheinbar der Hintergrund entsprechend mit der Kamera, das so getrackt ist, dass sich das richtig verhält. Aber eben schon, wenn ich darüber rede, merke ich, wie kompliziert das auch sein kann. Und dann irgendwann ist auch eine Schauspielerin oder so ein Genär oder dann geht die Energie raus und so weiter. Und das war das Tolle bei uns, dass wir haben diese Parallaxe, also diese Bewegung haben wir halt erzeugt über Dinge, die echt sind. Und ich glaube einfach, dass kein Computer kann kalkulieren, wie sich Wassertropfen von einer Gischt oder von einem Regen oder Elemente von einem Nebel vor der Kamera verhält. Wobei ich dazu sagen muss, ich möchte jetzt nichts, dass es geschmälern, dass wir haben sehr viel auch schon CGI-Effekt und wir haben mit Scanline eine Firma gehabt, die gerade hier München basiert, die gerade sich auf diese wie verhält sich Wasser und so spezialisiert hat. Und die haben uns natürlich auch sehr viel dann ergänzt oder so. Aber uns war immer wichtig, dass wir zumindest eine Basis in echt drehen und so und jetzt nicht einfach Schauspieler für Grün oder eben mit dieser Technologie ist dann halt auch alles eigentlich dann im Hintergrund. So, jetzt hören wir auf, abzunörden. Aber mir ist noch eins eingefallen. Im Watt verändert sich ja auch so sehr das Licht wie sonst an fast keiner Stelle. Eigentlich kann man überhaupt keine Anschlüsse produzieren, oder? Das war wahrscheinlich auch noch. Oder hättest du das spannend gefunden, dieses ständige, harte, wechselnde Licht, aufbrechender Himmel? War das noch ein Thema neben Ebbe und Flut oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Also wie ist der Spruch beim Drehen? Anschlüsse gibt es am Bahnhof. Okay. Nee, also das war tatsächlich, also das hast du schon richtig erkannt, das war auch teilweise echt eine Herausforderung, weil wir einfach sich da solche Zeiten so schnell ändern und so. Und das war dann, wir haben teilweise Szenen dreimal gedrehten, um sie in allen Lichtstimmungen zu haben, weil wir ja wiederum wussten, wir müssen sozusagen eine Szene splitten, also teilen, echt drehen, die weiten und dann die etwas näheren Einstellungen. Dafür springen wir dann ins Studio, wo dann auch zum Beispiel einmal so eine, der Qualle spielt eine Rolle, die halt ein Prop war, also eine Dings war, eine Puppe quasi. Für sowas springt man dann ins Studio, das muss man sich verbinden. Und da wir das vorher gedreht haben, haben wir dann versucht, die Szenen in allen Lichtstimmungen abzudecken. Wir haben unglaublich viel Material provoziert. Und das ist dann die Meisterleistung, auch das Editorials, die dann das miteinander zu matchen, dass das auch funktioniert. Und auch unser Scala-Grade ist der Uzi von Ari, der einfach dann einen Wahnsinns-Job gemacht hat, über Masten und so weiter, das so zu graden, dass es nicht künstlich wird, aber trotzdem irgendwie diese verschiedenen Lichtstimmungen ineinander übergehen. Jetzt muss man wissen, dass Scanline eben auch die Firma war, die ganz früh digitales Wasser besonders gut herstellen kann, wenn ich mich recht habe. Ja, ja, genau, dafür sind sie bekannt. Haben auch schon Oscar dafür gewonnen für einen Film. Genau. Und es gibt später unglaubliche Bilder, aber es würde, und ihr habt eben nicht nur, man hat jetzt den Eindruck, wir stochern im Nebel im Film rum. Es ist ein unglaublich großer Film. Und er setzt eben große Weite zum richtigen Zeitpunkt. Und dann sind es absolute großartige Bilder, die eine Welt offenbaren. Da gibt es auch Science-Fiction-Referenzen, die mir jetzt im Moment einfallen, wo auch große Artefakte vergangener Kulturen plötzlich zu sehen sind. Jedenfalls können wir jetzt über zwei Sachen reden. Wir können weiter über eure Schauspieler reden oder über Worldbuilding. Denn das ist ganz entscheidend für Tides, wie man es schafft, eine überzeugende Science-Fiction-Welt zu machen. Und da sind wir wieder ein bisschen weniger an der Kamera, sondern mehr im Buch. Was würde euch mehr Spaß machen? Wir können vielleicht einfach kurz über eure tollen Stars reden. Ian Glenn ist zum Beispiel drin in einer sehr wichtigen Rolle. Thomas, willst du noch was zum Casting-Prozess und zum Zusammenfügen des gesamten Ensembles sagen? Ja, also wir waren dann sehr glücklich, dass wir Ian Glenn bekommen hatten. Das hat dann sozusagen so den Star-Faktor bedient. Da war dann, Ian Glenn hatte, glaube ich, hatte mit der Konstantin schon mehrere Sachen zusammen gemacht. Und Ian Glenn hat eigentlich auch sofort zugesagt. Ich meine, das ist ein super netter Gentleman, der uns auch wirklich, also wir mochten uns von Anhieb und er hatte Zeit und Lust und hat auch sofort das Buch verstanden. Und er ist in England. Und dann hatten wir Sarah Sophie Bosnina, die ist aus Dänemark, eine dänische Schauspielerin, die auch sofort da war, die einfach uns total überzeugt hat. Dann war dieser Tacker, der am Anfang, also der nur die ersten 15 Minuten lebt, da ist der Tim dann zwei, drei Mal nach London geflogen. Haben wir gefunden, das ist ein ganz toller Schauspieler in London, der uns, also ja, so kam das schnell zusammen. Also eigentlich haben wir die ganze, also den ganzen Hauptcast haben wir dann eigentlich innerhalb von vier Wochen doch gefunden, dann am Ende. Also dann ging es rasend schnell. Und dann hatten wir mit Jacqueline Rietz, die hat das Kindercasting gemacht in Berlin, hatten wir die Bella Barding gefunden für die Orte der Meiler. Ja, wir mussten halt irgendwie dann auch dann irgendwie Schweizer besetzen, weil das ist dann auch immer wichtig. Klar, das sind dann immer schon so Aufgaben. Aber das haben wir irgendwie, glaube ich, gut hingekriegt. Also ich bin auch sehr glücklich über die ganze, über das Ensemble. Aber ja, wie man schon jetzt erkennt, dass Thomas Beschreibung ist, das ist ein sehr, sag ich mal, sehr multieuropäisch gecasteter Film. Und das war jetzt, also mit der Castorin Ulrike Müller und so, und auch schon natürlich mit der Arbeit mit Marco Minigucci, dass wir über die Besetzung geredet haben und so, war es uns sehr früh klar, weil wir überlegt haben, wie könnten denn die Überlebenden auf der Erde aussehen. Und da haben wir einen Artikel gefunden von den New York Times, der so wie so in 50, 100 Jahren, wie die Menschen aussehen würden. Und was klar ist, das ist einfach die Vermischung von den Ethnien, so, dass es immer, dass dies immer mehr, weniger zuzuteilen ist, wo jemand herkommt oder so. Und das fanden wir etwas sehr Spannendes, haben versucht, das in dem Casting möglich so zu, dass sich das widerspiegelt, diese, dass man das eben nicht, genau, bei den Mats, bei den Überlebenden, haben dann, dass es trotzdem so ein verbindendes Element gibt, haben wir dann mit der Maskenbildnerin, Sabine Schumann, haben wir dann besprochen, dass sie alle so Sommersprossen haben. Das ist das Einzige, was dann so gemacht wurde, dass sie zumindest irgendwie so etwas gemeinsam haben. Ähm, ja. Du hast jetzt Mariko mehrfach erwähnt, sie war ja auch mit ihrem eigenen ersten Film hier vor zwei Jahren, also beim letzten gelungenen, komplett gelungenen Filmfest da, mein Ende, dein Anfang. Spannend ist, wie schreibt ihr? Das Film ist doch auch, das Filmfest gelingt doch auch. Ja, ja, beim letzten, vor der Pause in 2020, da hatten wir nur ein Pop-up, das war auch sehr schön, aber kein vollständiges Filmfest, das meine ich. Jedenfalls, wie kann man sich so einen Schreibprozess zu zweit vorstellen? Also, ja, unendlich viele Zettel, die an Wänden hängen, oder ein Skript, das durchgeschrieben wird, oder ein Dialog, der den... Also, erst mal ist es nicht zu zweit, weil da möchte ich wirklich sagen, Thomas, das ist wirklich das, was ihn einfach, weil er einzigartig ist, er ist ein wahnsinnig kreativer Produzent und ich habe auch schon, bevor jetzt auch mal, also wir haben auch schon über die Geschichte geredet und so, und das andere, was Thomas auszeichnet, ist, dass er ein wahnsinnig gutes Gespür hat für Leute. Und er hat mir dann gesagt, mit Mariko, trifft dich doch mal mit der Mariko. Und so, ich kannte Mariko schon und so und rede mal über die Ideen, über die wir mal schon so grob geredet haben und über dein Wattenmeer und so. Und das haben wir dann gemacht und das war einfach sofort, das hat so gefunkt zwischen uns, sag ich mal, und wir haben sofort tatsächlich Karten angefangen, Karteikarten bei Thomas in der Wohnung, Karteikarten zu legen und haben dann den ganzen Film halt so geplottet. Und ja, und wir haben lange, lange so entwickelt, so bis man dann irgendwann angefangen hat, in die Drehbucharbeit zu gehen. Das, das, zu diesem, also der Film ist fantastisch, insbesondere auch darin, dass man eine ganze Welt sieht und gleichzeitig an einem spezifischen Punkt ist. Er spielt an einer sehr konzentrierten Stelle auf einer Welt und man erkennt das ganze Problem, das geradezu kosmische Problem der ganzen Welt. Dieses, dieser Prozess muss doch, also ich meine, wenn man mit Science Fiction anfängt und mit großen Ideen über die Menschheit und die Menschlichkeit, dann will man auch große, weite Bilder zeigen und diese Konzentration, war diese Konzentration schon drin, sehr früh, bevor es ins Drehbuch ging oder war es viel weitläufiger? Also da kann ich gleich was dazu sagen, was du jetzt gerade auch, weil du vorher Worldbuilding angedeutet hast. Ich glaube, und dass der Ort, obwohl ich das auch passend finde, wie du das beschreibst, dass der Film, obwohl eigentlich in diesem spezifischen Ort spielt, auch überall spielen könnte und so. Und ich glaube, dass bei Science Fiction ist das schon, also ich liebe, weil es ist auch immer wieder die Frage, Kino, Leinwand oder, was ich an Filmen liebe, ist eigentlich dieses Gefühl über Eskapismus, dass du eigentlich, das ist toll an Filmen, das muss kein Science Fiction-Film sein, das kann ein historischer Film sein, das kann eine Komödie sein, ein Liebesfilm, dass du eigentlich für die Dauer des Films dich in eine komplett andere Welt begibst, sozusagen. Und das ist natürlich das, warum ich eben auch Kino natürlich, das gelingt natürlich im Kino und im dunklen Kinosal noch mal viel besser als zu Hause auf dem Laptop. Und was ich aber glaube, was bei Science Fiction meiner Meinung nach zum Beispiel wichtig ist und wo wir zumindest versucht haben, darauf Wert zu legen und das auch früh klar war in der Geschichte, dass man, Science Fiction bringt schnell die Gefahr mit sich, dass es, um es in blöden Anglizismen zu reden, overloaded wirkt. Also das, ich glaube, Sex Nider ist das, der Autor von Save the Cat, der von dem sogenannten Double Mambo Jumbo redet, und dass du zu viele Prämissen hast. Und ich glaube, es ist bei Science Fiction, oder das war zumindest das Konzept von Hell und jetzt auch von Tides, dass man eigentlich eine relativ simple, klare Prämisse hat und sich dann dadurch bewegt und nicht zu viel versucht an Science Fiction-Welten und so reinzubringen, gerade wenn man jetzt das Budget auch nicht hat, so das so zu machen. Ich glaube, eine einfache, steile Idee und sich dann in dieser Welt authentisch zu bewegen, das ist, glaube ich, das, das, was einen gerade im Low-Budget-Bereich, klar, Star Wars mit verschiedenen Planeten, ist dann nochmal eine andere Geschichte und so, verschiedene Planeten, also es ist ja nicht nur verschiedene, egal, aber das ist, glaube ich, das, was, je klarer die Prämisse und je einfacher verständlich vielleicht auch auf eine Art, desto besser. Es ist immer die Gefahr, dass man es überlädt. Das mussten wir dann auch vorsichtig sein bei Tides, dass wir nicht zu viel so an Science Fiction-Elementen haben. Und das andere zu deiner Frage, das war uns dann im Drehbuch eigentlich relativ früh klar, dass wir eben ganz streng aus ihrer Sicht diesen Film erzählen wollen. Das hat sozusagen, wie ich finde, ich mag persönlich gerne Filme, die auch aus einer Perspektive erzählt werden und es hat gleichzeitig den Vorteil mit sich gebracht. Du hast gesagt, der Film ist oft sehr eng gehalten und macht dann aber manchmal auf. Aber die Enge ist natürlich eher gerechtfertigt auf eine Art, wenn du sagst, wir wollen den Film wirklich mit ihren Augen sehen und wenn sie da in Gefangenschaft ist, in diesem Mud Village oder so, dann sehen wir das nur mit ihren Augen durch diesen Sichtspalten. Und das eröffnet dann gleichzeitig die Möglichkeit, dass man eher über kreative Lösungen nachdenkt, wie kann ich sozusagen durch wenig zeigen, Spannung erzeugen und trotzdem diese weite Welt zeigen. Thomas, mal ein ganz Seitenschlenker. Also wir reden jetzt mit euch beiden nochmal über Science Fiction. Du magst kein Science Fiction eigentlich. Doch. Doch, sein Lieblingsfilm ist 2001. Oh. Oder? Was magst du? Ich korrigiere mich. Du magst Science Fiction, die dich in irgendeiner Form nicht nur als Science Fiction, als Raumschiffe fliegen durch das All berührt. Also wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen. Also nein, also ich meine, das ist der Klassiker. Ich meine, das sagt ja auch fast jeder Zweite, aber also zumindest in meiner Generation, der mit Filmen zu tun hat, dass der Film 2001 einen da hingebracht hat und bei mir war das tatsächlich so, dass ich den halt mit 16 gesehen habe, in der Wiederaufführung, im Morial-Kino am Goetheplatz, in der ersten Reihe saß und völlig geplättet war, rausging, nichts verstanden hatte, aber, und mich das dann beschäftigt hat. Und klar, es gab dann Filme wie Soylent Green oder was hatte ich erfahren, halt 4, 5, 1, also Dystopien, die einen so in der Zeit halt total geprägt haben. Und ich aber selber damals gar nicht so gedacht hätte, mal sowas selber zu machen. Gut, ich wusste ja auch erst mit Ende 20, dass ich mal ein Filmproduzent werden würde. Das hatte ich mir in dem Alter noch gar nicht getraut auszudenken, aber ich hatte dann damals noch so die Ziele, meine, die großen Ziele waren, Krabat von Preußler zu verfilmen und Nazis von Goldmund von Hesse. Beides ist verfilmt worden, inzwischen das eine von uns, das andere von Kollegen, aber da hatten wir die Rechte auch kurz. Also das war dann alles historisch und ja, ich habe immer schon Science Fiction geguckt, aber jetzt nicht Star Wars, muss ich auch sagen. Also es waren schon so diese, ja, was weiß ich, so Stanislaw Lem gelesen, diese Art von Science Fiction Literatur. und ja, mit Tim habe ich halt auch dann jemanden getroffen, der das auch unbedingt machen wollte. Ich hatte vorher wirklich, ich kannte keinen anderen Regisseur oder Regisseurin, die das irgendwie interessiert hätte und das war schon irgendwie cool. Ja, also so bin ich eigentlich zum, sagen wir mal, ich bin ja, wie gesagt, kein Science Fiction Experte, aber ich Genau so hast du es gesagt, du bist kein Science Fiction Experte. Ich habe das völlig überdreht, alles zurücknehmen. Ach, genau. Na gut. Tim, was ist dein Lieblings Science Fiction Film, also der dich geprägt hat? Ich kann mich wahnsinnig schwer entscheiden, das ist einer meiner Grundsatzprobleme, wenn du jetzt erwischst, du mich eiskalt. Ich könnte jetzt anfangen, so wenn ich jetzt anfange, über meine Science Fiction Filme zu reden, das ist einer Film, der erste, nein, ich würde jetzt so gerne, so lange über alle aufzählen. Also klar, 2001 ist natürlich einer der Mussfallen, das ist auch der Lieblingsfilm meines Vaters. Aber jetzt sagen wir mal, aus jüngeren Jahren, ich bin natürlich, ich fand, jetzt sage ich mal aus, ich würde es mal sagen, fangen wir mal mit dem Jahrzehnt an. Dann würde ich sagen, Arrival, fand ich ganz toll. und dann fand ich Interstellar natürlich ganz, ganz großartigen Film und dann fand ich fast den interessantesten Film der letzten zehn Jahre Under the Skin von Jonathan Glazer. Wobei es fast schon Essay ist, ne? Ja, es ist fast schon Kunst, aber es ist Science Fiction natürlich auf eine Art. Und wenn man so ein bisschen weiter zurückgeht, ich mag auch Filme, so zum Beispiel, was ich auch ganz, ganz toll finde, meiner Meinung nach ein unterschätzter Film ist Contact, Trudy Foster von Robert Zemeckis und wenn es dann, ja, wenn es nochmal weiter klar und irgendwann muss er auch natürlich unheimlich begegnen und Close Encounters von Spielberg muss natürlich auch fallen. Also ich könnte nicht aufhören. Sehr gut. Wollt ihr vielleicht nochmal ausführen, wie Roland Emmerich, der jetzt Executive Producer auch Teil des Projekts ist, dem Projekt etwas, es weitergeführt hat durch Beratung, durch Schnittberatung oder sogar noch früher, wo war die Rolle? Weil der Austausch zwischen euch allen war offensichtlich sehr intensiv und ich frage mich, wo er angefangen hat. Also darf ich noch ganz kurz was zu, weil der vorher meinte, es ist noch nur ganz kurz, weil ich immer über Filme rede und so, ich immer so Filme, was der Thomas, nämlich wenn er sagt, er liest, er guckt Sci-Fi und so, das nehme ich, was der Thomas, an dem Thomas halt einzigartig ist, er liest wahnsinnig viel und der kommt halt mit so alten Sci-Fi kurz gestocht, weil ich finde das wirklich, das ist jetzt auch bei unserem neuen Projekt etwas, was so bereichernd ist, jemand, der so viel liest zu einem Thema und der kommt halt mit so alten Science-Fiction gebrauchten Büchern oder so, wo man sagt, schau mal, diese Passage ist doch irgendwie super und da kam mit einer so eine Geschichte an, die dann irgendwie echt die ganze Zeit entscheidend war für das Ding. Da wollte ich nur noch kurz festgehalten. Okay, okay, dann nerden wir ab. Philipp K. Dick wäre es für mich, das wäre unendlich, da Passagen zu finden. Gibt es da was ganz Konkretes, was du, weil es jetzt vergilbt ist, wir reden jetzt von 60er Jahre Science-Fiction, willst du jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Doch. Doch. Wie, was? Achso, ja, Philipp K. Dick, ja, zum Beispiel. Ja, unendlich, also sowas wie Ubik wirklich zu versuchen zu verfilmen, das wäre mal eine. Ja, aber die Kurzgeschichten vor allen Dingen auch. Gibt es genau. Aber wenn man die dann liest, dann weiß man auch, wer da sich schon alles bedient hat. Und also, ja, unter anderem, also ich meine, jetzt fällt mir der Titel nicht ein, aber es ist ja auch egal. Also ich meine, wir haben uns ja auch alle Folgen angeguckt, nah von, Twilight Zone. Was? Twilight Zone. Twilight Zone. Und ich meine, da hat sich Hollywood auch schon an allem bedient. es ist schon echt schwierig, da noch was zu finden, was noch nicht irgendwie von jemand anderem aufgenommen worden ist. Aber ich weiß jetzt gar nicht, was war die Frage. Nee, die Frage war eigentlich, ne, ich hab den Schlenker gemacht, ich weiß es auch nicht. Nee, aber jetzt kommen wir zu einer zentralen Frage, so ein ganz, ganz lockerer Rauschmeißer. Wenn man sich, weil wir sind tatsächlich schon mit unserer Zeit am Ende, wenn man sich hell und teils anschaut, dann entsteht ein Bild des Menschen als sehr widerständiges Tier, das sobald der Firn der Zivilisation abfällt, übereinander, über sich sozusagen herfällt. Dieses, was ist dein Blick auf den Menschen und wie beeinflusst er deine Arbeit? Also, ich bin jetzt schwer, ich bin da mit Sofa, irgendwie nicht so gut, aber ich gehe dann lieber über Greenscreens und so, nein, aber, und Kameratechnik, nein, aber ich, ich denke schon, ich glaube, das hat da jetzt jeder ein bisschen so die Erfahrung gemacht, ne, dass in der Corona-Zeit, wie fragil das System ist und so und wie schnell das so wegbrechen kann und wie man dann sich dann schnell so aneinander gerät und so, das fand ich schon krass und ich glaube, das ist das, wenn du sagst, wie die Menschen gezeigt werden, ich finde dieses, was wäre, wenn, spiele ich ihn interessant, also was wäre eben, wenn, wenn jetzt alles zusammenbrechen würde und so und, und klar, dass da der Mensch des Menschen feiern wird, ist ja irgendwie klar, so, aber, ja, das finde ich irgendwie interessant daran. Ich weiß übrigens, was die Frage war, aber du sagst, bitte reagier doch noch darauf. Ne, ich, mir fällt nur gerade ein, ne, also mit Tim zu arbeiten, der hat halt irgendwie die allerhöchsten Ansprüche, da muss man auch immer ständig irgendwie, was, weil der vorhin meinte, ich muss ihm immer was zeigen, ja, man muss immer ihn auch füttern, ich meine, der Tim, ich kenne auch keinen anderen, der, also so wenig liest, aber auch so viel guckt, also er guckt umso mehr, und zwar, also er, der, also der guckt ja wahnsinnig stark, also der Tim reagiert auf Bilder, am allermeisten und, und das, und dann saugt er das so auf und hatte auch schon den Spitznamen, das Auge, weil er halt irgendwie so Dinge, auch nicht nur, weil er auch einen guten Geschmack hat, aber er, er, man muss ihn auch irgendwie schon, aus der Reserve locken, ähm, weil er eben auch so viele andere Sachen schon gesehen hat, und, und man will natürlich dann auch irgendwie was machen, was es halt noch nicht zu sehen gab. Ich meine, ich will jetzt nicht behaupten, dass jetzt Hell, äh, also wer Hell noch nicht gesehen hat, also ich finde das immer wieder einfach einen, einfach einen tollen Film, ähm, und, ähm, und das war sein allererster Film. Ich meine, die Leute haben mich alle für verrückt, äh, also meine Freunde hatten mich für verrückt erklärt, dass ich mit Tim diesen Film machen wollte, und ich meine, weil du auch wegen Roland gesagt hattest, Roland war, genau, Roland war derjenige, als ich dem Roland, äh, irgendwie, äh, Tims, ähm, ähm, Showreel gezeigt hatte, oder eine Kurzfilme, die eigentlich fast keiner gesehen hatte, die nämlich Tim Möck, äh, damals ein Kompetitorne und gemeinsamer Freund von uns, mir die mal so zugesteckt hatte, als der Roland das dann gesehen hatte, ähm, ähm, ohne mich, äh, hat er dann den Tim schon gleich nach London eingeladen, ohne mir Bescheid zu geben, weil ich auch sehr, äh, 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 sauer war, erst anfangs, aber da war ich halt in Rumänien und hab den Krabat gedreht, aber, äh, und der Roland hat sofort das erkannt, ähm, äh, und hat gesagt, ja, jetzt machen wir zu dritten Film, so, und, ähm, und der, äh, und den machen wir jetzt zu dritt, und der Tim macht, äh, führt Regie, so war das doch, also so entstand Hell letztendlich, also wir haben es dann in einer ähnlichen Konstellation gemacht, aber, ähm, ähm, und da war Roland eigentlich von Anfang an dabei, und bei, äh, äh, also außer, dass er damals Hell unbedingt wollte, dass wir ihn auf Englisch drehen, ähm, hatten wir ihn aber dann am Ende doch davon überzeugen können, ihn auf Deutsch zu drehen, und er hat dann am Ende auch gesagt, dass sich das absolut gelohnt hat, und dass es richtig war, auch weil der Tim sich das gewünscht hatte, und dann sind wir eigentlich immer in Kontakt geblieben, und der Roland ist ja wirklich einer der dritten Filme, und er hat schon seinen nächsten in Vorbereitung, und das hat ihn halt wahnsinnig aufgeregt, dass wir halt so lange gebraucht haben, und, äh, und bei, er hat da schon gar nicht mehr dran geglaubt, und bei, äh, Tides, der vorher Shipbreaker hieß, äh, war er eigentlich auch sofort begeistert, und, ähm, und die größte Hilfe war er eigentlich in der, in der Schnittphase, da waren wir in so einem, da waren wir in so einem, in so einer Dauerschleife gefangen, und da kam der Roland zu uns in den Schneiderraum, und hat uns, äh, so an zweieinhalb Tagen uns ordentlich den Kopf gewaschen, äh, und da haben wir nochmal dann richtig nochmal, den Film nochmal, richtig nochmal sowas anderes gegeben, und da war der Roland sehr stark involviert. Und im Endeffekt ist er unglaublich intensiv geworden, die Zuschauer werden sich davon überzeugen können, äh, danke fürs Abnerden, das waren ganz schnelle 45 Minuten, die sind vorbeigeflogen. Wir haben keine Zeit mehr, wir müssen raus, soweit ich weiß, äh, Thomas Weipke, Tim Fehlbaum, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Aber man kann natürlich vor dem Karl-Orff-Saal noch kurz weiterreden. Ich hoffe, es war interessant, weil sonst stehen wir da ja noch, wenn man noch so ein bisschen... Genau. Vielen Dank, Christoph. Danke. Danke. Vielen Dank.